So, nach langer Zeit machen wir mal wieder Waldkurzwissen. Diesmal Pilze. So ein bisschen Wissenswertes dazu. Alle Fotos von meiner Frau, die hatte Spaß beim Pilzefotografieren und ich darf jetzt was dazu erzählen. Also, bei Pilzen handelt es sich um das sogenannte, und das hat nichts mit dem politischen Äquivalent zu tun, Dritte Reich. Man teilt die Organismen in drei Reiche ein, nämlich Pflanzen, Tiere und eben Pilze. Pilze sind also weder Pflanzen noch sind sie Tiere. Wie man seit noch nicht mal allzu langer Zeit weiß, sind sie allerdings eher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt. Das hängt damit zusammen, dass alle Pflanzen, ausnahmslos alle, und es gibt wenig Sachen, die ausnahmslos gelten in der Biologie, Photosynthese betreiben und kein einziger Pilz kann das. So, und sie sind aber auch kein Tier, weil sie anders als Tiere Zellwände bilden können und, ja, vor allen Dingen diese Tatsache. Und gar nicht so sehr daran festgemacht, dass sie stationäre Lebewesen sind, die sich jetzt nicht von A nach B bewegen, abgesehen davon, dass sie sich ihre Größe durch Wachsen ausdehnen können. Weil es gibt ja auch Tiere, die stationär sind, wie zum Beispiel Korallen. Das sind also so die wesentlichen Gründe. So, was wir hier auf diesem Bild sehen, ist ein Pilzmycel, was den Rest von einem sich langsam wieder zersetzenden Fruchtkörper darstellt. Das Mycel ist der eigentliche Pilzkörper. Was wir an der Erdoberfläche sehen, ist lediglich der Reproduktion dienende Fruchtkörper und das vielleicht am meisten spezialisierteste Pilzgewebe. 99% der Pilzbiomasse, gerade bei großen Pilzen, bestehen aus diesen weißen Fäden, die man eben entsprechend als Mycel bezeichnet und sind mehr oder weniger undifferenzierte Pilzzellen, die als Faden zusammenhängen und miteinander noch nicht mal besonders kommunizieren. Also ein Pilz kann 90% seiner Biomasse verlieren, die kann ihm absterben und er hat nur noch 10% davon und trotzdem verfügt er über alle Informationen, die er als großer Pilz damals auch schon hatte. Also Körpermasseverlust ist so einem Pilz relativ egal. Ein Pilz verfügt über kein Gehirn, kein zentrales Nervensystem und kaum eine Langstreckenkommunikation. Und alle Zellen des Pilzes können plus minus dasselbe. Es kann sich aus jeder Pilzzelle theoretisch auch ein Fruchtkörper bilden, wenn dann die Nährstoffversorgung gut genug ist, dass diese Zusammenarbeit mehrerer Zellen erfolgt, um eben einen in manchen Fällen einen Hut, in anderen Fällen was ganz anderes und manchmal auch was völlig Unschönes und Unscheinbares, wie zum Beispiel bei den Schimmelpilzen, entsprechend zu bilden, was dann uns kaum auffällt. So, in der Ökologie sind Pilze vor allen Dingen deswegen wichtig, weil sie in drei großen und wichtigen ökologischen Funktionen auftreten. Zunächst mal die Destruenten. Destruenten sind die Zersetzer, in allen Ökosystemen sind sie vorhanden und dienen dazu, also was heißt dienen dazu, sie machen das halt, alle tote Biomasse wieder zu den Grundbestandteilen, aus denen sie irgendwann mal bestanden hat, bevor sie von irgendeinem anderen Lebewesen zusammengebaut wurde, sei es eine Pflanze, sei es ein Tier oder ein anderer Pilz, wieder zurückzuversetzen in das, woraus wir letztendlich alle bestehen und das ist im Fall von uns Lebewesen viel Kohlenstoff, viel Wasser, viel Sauerstoff, viel Stickstoff und diverse andere, seltenere Elemente wie Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, Molybden und Mangan und so weiter. Und diesen Zersetzungsprozess letztendlich, bis nichts mehr von uns übrig bleibt, was uns in irgendeiner Form mal ausgemacht hat, also jetzt speziell wenn wir Menschen beispielsweise sterben, das übernehmen größtenteils Pilze zusammen mit den Bakterien. In der Ökologie sind die Pilze dahingehend besonders wichtig, weil sie nur und wirklich nur die Pilze zusammen mit ganz wenigen Bakterien in der Lage sind, effektiv Holz zu zersetzen, nämlich das Lignin, die Betonkomponente der Stahlbetonkonstruktion Holz. Ich bringe diesen Vergleich häufiger, Holz hat eine Faserkomponente, die sich Zellulose nennt und eine sie umschließende klebstoffartige Masse, das Lignin und letzteres lässt sich wirklich nur auseinandernehmen, wenn man ein Pilz ist, der kann mit seinen Hüfen aktiv ins Lignin reinsetzen und dann den chemischen Prozess, der zur Zersetzung von diesem Stoff notwendig ist, einleiten. Dafür brauche allerdings Sauerstoff. Grundsätzlich können Pilze auch ohne Sauerstoff existieren. Es gibt also Pilze, die teilweise ohne Sauerstoff leben können und einige sehr wenige Spezialisierte, die ihr gesamtes Leben ohne Sauerstoff auskommen. Ein fakultativ anerober Pilz, also einer, der das zwischendurch mal kann, ist beispielsweise der Hefepilz, der, wenn er keinen Sauerstoff mehr bekommt, auf Gärungen umschaltet und dann für nahezu, ja, fast alle unsere alkoholischen Getränke verantwortlich ist. Ja, und eben dadurch, dass Pilze größtenteils sauerstoffverwendende Organismen sind, sind sie dann auch in der Lage, die Holzzersetzung durchzuführen. Es sei denn, das Holz liegt irgendwo unter Wasser, siehe die Pfähle von Venedig, die viele noch original eben entsprechend sind und da schon eine ganze Weile stehen. Oder das Holz befindet sich zum Beispiel in einem Moor. Wenn da mal Holz eingetragen wird, dann bleibt es da bis in alle Ewigkeit liegen, beziehungsweise bis sie irgendwann die Verkohlung einsetzt und aus dem Holz dann, ja, Kohle letztendlich oder irgendwann vielleicht sogar Öl wird. Pilze breiten sich dadurch, dass sie eben diesen fadenförmigen Körper haben, auch entsprechend wie Fäden in alle Richtungen aus. Anders als Pflanzen, beispielsweise Algen, die sich fadenförmig ausbreiten und wie Fäden immer weiter wachsen. Man hat solche Algen bestimmt schon mal in irgendeinem alten Brunnen oder in irgendeinem Teich oder sowas gesehen. Das sind reine Pflanzen und können sich dementsprechend als fadenförmige Ausbreitungsart kaum verzweigen. Und vor allen Dingen können die einzelnen Fäden nicht wieder zusammenwachsen. Ein Pilz hat auch diese fadenförmige Ausbreitung mit dem Unterschied, dass die einzelnen Fäden sehr wohl auch zusammenwachsen können. Diese Eigenschaft macht sich der Pilz auch zunutze, um seinen eigentlichen Fruchtkörper dann zu bilden. Der besteht im Prinzip aus ganz vielen zusammengewachsenen und einem Pseudogewebe nennt sich das bildenden Pilzmyzelfäden. So, was wir hier sehen, ist ein sogenannter Hexenring. Üblicherweise besteht der aus Pilzen. In der Mitte befindet sich ein alter Pilz, der sich langsam zum Rand ausgebreitet hat und bildet am Rand seine Fruchtkörper, am Rand seiner Ausbreitung, weil er eben da die Chance hat, dass wenn die Sporen, die in den Fruchtkörpern sitzen, dazu kommen wir gleich noch, entsprechend rausfliegen, verbreiten sie sich natürlich mehr und eher in die richtige Richtung, nämlich weg vom Pilz, weil er ja woanders hin möchte, als eben mitten rein in das Gebiet, in dem der Pilz schon sitzt. Die Besonderheit hier besteht darin, dass der Pilz selber gar nicht zu sehen ist, dafür aber die Art, mit der er in Symbiose lebt, nämlich in diesem Fall ist es die Krähenbeere und die kann nur da existieren, wo sie einen funktionierenden Fußpilz aufweist. Und das führt dazu, dass wir hier eben einen Kreis aus Krähenbeere haben, weil der Fußpilz in der Mitte abgestorben ist, nur noch am Rand funktioniert. Und damit kann auch die Krähenbeere nur noch am Rand entsprechend funktionieren. Und das ist im Übrigen dann auch der zweite Mechanismus, der bei den Pilzen eine wesentliche Rolle spielt in der Pilzökologie. Neben den Destruenten treten sie auch als Mykorrhiza-Pilze sehr oft in Erscheinung, gerade in unseren Waldökosystemen, die wir uns ja gerne anschauen, ist der Mykorrhiza-Pilz ein nahezu immer vorkommender Vertreter aller Holzpflanzen und auch einiger Gräser. Die Mykorrhiza-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz-Pilz was ein Pilz besonders gut kann, auch dazu kommen wir gleich noch, und diese dann an den Baum weiterzuleiten, während der Baum als große Pflanze, sehr große Pflanze, hervorragend in der Lage ist, mittels Photosynthese letztendlich Zucker, also Glucose, zu erzeugen und diese an den Pilz weiterzugeben, der die auch wiederum braucht, um die aufzuessen. Denn Pilze ähneln den Tieren auch vor allen Dingen in der Hinsicht, dass sie chemoheterotroph sind, das bedeutet, sie müssen durch ihre Nahrung erstens Energie für die entsprechenden Stoffwechselprodukte bereitstellen und zweitens müssen sie diese entsprechenden Stoffwechselprodukte auch vorher aufessen. Also sowohl Material als auch Energie für das Wachstum von Pilzen muss aus ihrer Nahrung kommen und da essen sie genau wie wir quasi andere Lebewesen auf, um selbst wachsen zu können. Das haben wir mit den Pilzen gemeinsam, beziehungsweise die Pilze mit uns, weshalb sie auch eher Tier als Pflanze sind. Pflanzen sind darauf nicht angewiesen. Der dritte wesentliche Parameter der Pilzökologie und die dritte wesentliche Lebensform ist dann der Parasitismus, anders als der Mutualismus, der bei den Mykorrhiza-Pilzen eine Rolle spielt. Gibt es auch rein parasitäre Pilze, die gerne mit einem ganz dünnen Pilzschlauch, also einer sehr dünnen Hüfe, in eine Zelle eines anderen Organismus, meistens ist es eine Pflanze, es kann aber auch mal ein Tier sein, eindringen, sich dort in den Nährstoffkreislauf einklinken, aber kein Interesse daran haben, ihren Wert zu töten, weil die Zelle nur so lange Nährstoffe bekommt und so lange mit Nährstoffen vom Organismus versorgt wird, wie sie offenbar scheinbar gesund ist und der Pilz kann nur aus einer gesunden Zelle Nährstoffe ziehen. Die Tote könnte er zwar zersetzen und auffressen sozusagen, aber dauerhafte Nährstoffversorgung ist nur dann möglich, wenn er seinen Wirt nicht allzu sehr schädigt. Pilze sind also ziemlich heimtückische, aber vergleichsweise freundliche Parasiten, weil sie versuchen, ihren Wirt möglichst lange nicht umzubringen. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise hat man inzwischen schon bei diversen Pilzen festgestellt, dass sie in der Lage sind, ins Gehirn oder ins Zentralnervengewebe einzuwachsen und dort bestimmte tatsächlich gesteuerte Verhaltensänderungen, also so halbwegs gesteuert, hervorzurufen. Daher kann man schon von einer gewissen Zombie-Krankheit über Pilze dahingehend reden, dass eben Pilze in der Lage sind, das Verhalten des Wirts so anzupassen, dass der, naja, sagen wir mal im Idealfall, sabbernd und ein bisschen torkelnd durch die Gegend läuft. Funktioniert derzeit nur bei Tieren und auch meistens wenig bei den höheren Organismen, sondern eher bei Ameisen und Ähnlichem, aber auch das gibt es. So, zum Schluss noch drei Random Facts, die vielleicht interessant sein könnten zu Pilzen, nämlich erstens, es gibt wasserlebende Pilze, anders als ich irgendwann mal behauptet habe, möchte mich da diesbezüglich jetzt korrigieren. Die gibt es, sie sind nicht besonders viele und sie sind nicht besonders gefährlich, in Anführungszeichen. Sie existieren aber und nutzen zum Beispiel Salz oder Kalk, um den Druck des Wassers auszuhalten, damit ihre Biomasse nicht zerquetscht wird und bilden damit ein Kristallgehäuse, in dem sie dann quasi wachsen können. So, das nächste ist Pilzsporen, also das zur Verbreitung dienende Organ, der Samen, wenn man so möchte. Und da liegt erstens einer geschlechtlichen Fortpflanzung, so gesehen gibt es männliche und weibliche Pilzzellen, es findet also eine Meiose statt, wer den Fachbegriff hören möchte. Und diese Sporen sind so ziemlich das Überdauerungsfähigste, was die Biologie abgesehen von bakteriellen Sporen hervorgebracht hat. Die können also je nachdem auch eine Zeit lang das Vakuum des Weltalls überleben und sind danach noch keimungsfähig. Das heißt, da kann sich noch ein völlig gesunder Pilz daraus entwickeln. Sehr, sehr haltbar also und sehr dauerhaft. So, und der letzte, vielleicht interessante Fakt zum Pilz. Pilzzellwände bestehen aus Chitin. Chitin ist das gleiche Zeug, woraus auch das Exoskelett unserer Insekten besteht und damit bildet das nochmal eine gewisse Parallele zwischen Pilz und Tier. Also wir sind näher mit dem Pilz zur Wand als mit der Pflanze. Das bedeutet, wenn wir uns irgendwie einbilden, Bäume wären ein Wesen, das wir gut verstehen können, weil sie gar nicht so anders sind als Pflanzen, als wir Menschen, dann ist das ziemlicher Käse. Viel eher können wir uns noch mit dem Pilz anfreunden als mit dem Baum, weil wir den Pilz viel besser verstehen, weil er unter ähnlicheren Maßgaben lebt, wie wir, als das eine Pflanze tut. Ja, so. Das wäre es gewesen. Kurz wissen Pilze. Ein paar interessante Sachen. Wer Lust hat, in die Kommentare reinzuschreiben, welcher Pilz welcher Pilz ist, darf das gerne tun. Ich habe darauf verzichtet. Meine Artenkenntnis bei Pilzen ist nicht besonders ausgeprägt. Ich esse sie auch nämlich nicht besonders gerne, ehrlich gesagt. Ja, ich bin komisch. So, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und dann auch wieder ein bisschen länger. Tschüss.